Setz das U-Boot irgendwo oder an der Kreuzung ab. Naja, hier passt schon. Jaja, irgendwo ans Dach, Alter, ich bin die Aussicht... NEIN, NICHT DIR AUF! Hi Lilo, ich bin's wieder, euer Knosti und wo ist das U-Boot hin? Vollspiele, U-Boot und Cargo-Bob und ja, ich flieg jetzt, ich flieg jetzt mal in den Cargo-Bob, okay? Ich will auch mal. Ja okay, aber lass mich halt ins U-Boot, ne? Ja okay. So warte, ich komm hoch. Kann ich da im Wasser, das gleich im Wasser machen oder muss das U-Boot sein? Ich glaub da, ich glaub das U-Boot ist ein Einsitz, oder? Jaja, ja glaub schon. Probier mal drüber hübschen. Geht nicht, ey. Boah! Loll! Alter, Cargo-Bob rauchts schon, Alter. Okay, wie fährt man mit diesem Teil? Einsteigen und dann ein Wischer rausfinden. Hast du mit, Marcel? Warte, ich flieg mit, ich flieg mit. Achso, okay. Ich flieg die Leitstreffer. Ja, wie kann man auftauchen damit? X. Okay, ich fahr ein bisschen ins Meer, ne? Du bist leichter, ne? Komm! So, ich bin jetzt ganz oben, ne? Also ihr könnt mich jetzt versuchen zu fragen. Warte, 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 ich... Ich steck hinten ein. Das geht. Mach das. Ich steh mal ab. Warte. Du machst es nur kaputt, Alter. Ja, steck hinten. Ja, steck hinten. Ja, steck hinten. Jetzt kommt, Hoppy, Alter. Wir machen... Warte, warte. Was machst du? Ich steck ein... Ah, lass nicht landen. Einsteigen. Ja, dann steige in dich ein, Alter. Dann fährst du zum Einsteigen. Lande. Kommst du bitte endlich. Ypsilon. Kannst du nicht Y klicken? Na, Marcel, Alter. Ich hab's gleich. Marcel, drück einfach Ypsilon, bitte. Wenn du rausfliegst, dann ist das... Ja, ich kann nicht sein. Schade. Jetzt Hopp, Alter. Du bist du, Alter. Ja, ich bin mit dem Meer. First, zwei. First, zwei. First, zwei. First, zwei. Alter, der Klosley fliegt. Das kann nichts werden. Warte. Wenn ich das hier hab... Also, man könnte das doch... in der Werkstattigen. Woah. Frame of Jeff. Ah, der hat mich! Ja! Oh! Zeig doch, first try. Nee, du fährst mich jetzt fallen. Weh. Oh, lass... Lass bitte irgendwo am Land fallen. Warum das? Ja, weil dann ist so gut weg. Warte! Ich hab ne Idee, was wir machen könnten. Was denn? Du fliegst jetzt ganz hoch. Du fliegst nicht ganz hoch. Vorsichtig aber, ne? Dass ich abreiße. Hey, und nach... Und nach können wir auch die Militärbasis infiltrieren. Mit zwei Fahrrädern. Vorsicht! Ich reiß gleich. Hier fliegen wir zum Militärbasis einfach. Hab ich Bock. Ja! Ja, machen wir... Tun wir so, als wäre ich ne Atombombe. BUUUM! Jetzt fliegen wir zum Militärbasis und hauen einfach mit dem Umbo runter. Warte! Warte! Da musst du den Militärmarsch einblenden. Genau da musst du den Militärmarsch einblenden. Ja, warte! Warte! Warte, warte, Glossi! Wegpunkt! 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 Ja, wir haben... Wir haben höchstens 5 Minuten circa für ne Episode oder so. Also, muss auch einplanen. Wohin? Da! Zu meinem Haus schnell! Warum? Er muss sich umziehen! Er muss sich schön machen! Ja schon! Alter, das dauert er wieder ewig! Nein! Muss ich schnell beim Fahrrad holen! Ohne Scheiß! Also, wirklich... Ich bin ja der Weihnachtsmann, ne? Und, ähm... Der sitzt gerade so gechillt einfach im U-Boot. Schaut sich hier die City an. Also, das ist einfach nur das gleich. Das ist richtig nice, dass du dich schilligst! Schau mal! Einfach... Also, es würde mich nicht stören, dass ich einfach 500 Meter über der Erde ist. Und die Idee in einem Moment rausreiß, bitte! Irgendein Ausblick! Ey, das würde ich sogar in Relafemann machen! Einfach vorne Cargobock ziehen lassen, wenn deswegen ich im U-Boot sitze. Rustlos! Ah, okay... Naja, okay... Ob ich das machen würde... Natürlich, Alter! Beste Aussicht! Pass auf, was du auf die Hochhäuser! Dass ich wieder gegenkralle! Sooo... Grossi! Also, wir haben ein U-Boot. Grossi! 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 Grossi, Alter! Ich will die sterben! Grossi, wir haben unten ein U-Boot dran! Ich glaube, du kannst den noch weiter runterlassen, oder? Die Schnur! Nein! 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 Das sollen wir gar nicht rausfinden! So, jetzt musst du den kurz irgendwo absetzen, ne? Vergiss nicht! Wenn du mich tötest, tötest du den Weihnachtsmann! Ja, setz dich kurz irgendwo ab! Den Weihnachtsmann gibt's eh nicht, nur das Chris! Warte! Setz das U-Boot jetzt hier... KETZER! 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 An dem Dach oder so ist am besten, das ist am besten! KETZER! Den setzt du irgendwo an der Kreuzung ab! Na, hier, passt schon! Ja, ja! Irgendwo ans Dach, Alter! Ich will die Aussicht... Nein, nicht die Aussicht! Fuck! Ich wollte ihn nicht! Steig mal aus! WIE! SO! Warte, ich hab's dir kurz ausgeschlossen, jetzt das machen! KETZER! 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 Warte! Ich will ihn hinten aufmachen! Ich mach hinten auf! Soll ich auch mit dem Fahrrad? Ich fahr mit dem Fahrrad, okay? Ich fahr mit dem Fahrrad! Warte, warte, denk ich so! Ich muss gleich auch nach hinten! Oh, wie schaffe ich das? Jo, wie geht das eigentlich? Warte! Lass mich mal kurz versuchen, ne? Hier hinein! Mit was für einem Fahrrad soll ich machen? BMX oder mit einem normalen Fahrrad? Ja, ich würde auch sagen BMX! Wieso geht das nicht so, wie ich will? Lass mich mal so versuchen, wie ich will! Also geh mal kurz ein bisschen diagonal! Boah! Alter, mich nicht rumwerfen! Nicht auf mich fahren! Nein! Aua! Du zerquetscht mich! Nice! Ich glaub, der Helikopter gibt gleich den Geist auf! Nix! Alter, jetzt, jetzt! Bitte, bitte! Wir müssen jetzt ein... In... 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 Du musst nicht marschieren in die Militärballers! Okay? Also bleib jetzt stehen! Bleib jetzt stehen! イ... What?! Alter, jetzt! Was machst du jetzt? Ich krieg das hinten nicht auf! Wie geht das auf? Ja, nur, also, wenn ich so gegen den Bohn fliege- Mach einfach weiter! Ja! Ich muss es aufgehen, aber es geht nicht auf! Es ist offen! Es ist offen! Es ist offen! Es ist offen! Es ist zu! Es ist offen, warte! Lass uns rein! Es ist zu! Es ist offen! Nein, es ist nicht offen! Es ist offen! Es ist nicht offen. Es ist offen. Warte mal, ich kann rein. Warte, nein. Jetzt ist wieder zu. Ja, jetzt auf einmal. Hey, Knossi, weißt du noch, wo ich gesagt habe, dieser Squad und die hat mich für verrückt erklärt, ne? Ja. Ja, du bist auch verrückt. Ja, ein bisschen. Kommst du jetzt bitte, Alter. Ja, er muss das aufmachen. Er muss mit dem Arsch gegen den Boden klatschen, wie meine Cyrus, Alter. Es war wieder offen. Es ist nicht offen, Alter. Es war offen wieder. Es ist nicht offen, Alter, warte. Was machst du? Warum geht das nicht? Frosty, hier, warte. Fuck. Geht's wieder? Ist es zu, ist es zu, oder ist es offen? Nein! Okay, tut mir leid, Dinger. Ich glaube, ich sollte aufhören, irgendwie. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Okay, warte, wir fliegen einfach so, okay, warte. Jemand steckt in dein Auto. Nein, warte, ich hol's mich mit dem Auto, okay? Warte, ich geh in den Auto. Nein, warte, nein! Ihr holst mich mit dem Fahrrad. Ich steig aufs Fahrrad und zieh mich mit mit dem Haken. Es geht nicht mit dem Fahrrad. Ach, es geht. Denkst du, das ist nicht gut? Ja, da fliegst du gar nicht sofort runter. Alter, kommen wir jetzt. Ja, du musst halt vorsichtig fliegen. Nein, es läuft ein bisschen scheiße. Ja, da fliegt man halt nach vorne. Da ist halt ein Baum und so. Ach, okay. Was? Alter, können Sie bitte ordentlich fliegen? Wer fliegt? Hier. Entschuldigung, ich bin auch besoffen. Ich hab First Trats alles geschafft, aber... Kiso will ich zu fliegen? Ja, warum nicht? Nein, ich will fliegen und ich hau den Kiso im Fahrrad, okay? Okay, nein. Fahrrad! Fahrrad! Entschuldigung. Lass mich Fahrrad. Ey, Alter! Wirklich! Fahr unter mich! Fahr unter mich! Soll der Scheiß! Fahr unter mich! Hallo Leute, komm! Fahr unter mich! Ja, ich hab das Fahrrad hier. Du schuldest mehr! Warte, komm! Warte! Man kann überhaupt nicht mehr ruhig halten. Was hab sie gemacht damit? Lade kurz, Gusti! Oh, oh, oh! Nicht! Nicht! Aber wirklich? Hahaha! Hör auf jetzt, Alter! Ich bin echt fast tot! Warte, nein, ich hol einfach ein Auto hier. Warte, ich hol den LKW hier. Warte, ich hol den LKW hier. Ich krieg mein Fahrrad nicht. Stunt, Hasi! Schlägt wieder zu! Ja, wie hast du das? Warte, komm! Steigt einer bitte in den LKW rein. Ich bringe euch in die Militärbasis. Hier steigt beide ein. Ich mach das. Komm, schnell! Alter, ich kann das nicht mehr aushalten. Das geht nicht. Bitte einsteigen. Warte, bleib stehen! Warte, bleib stehen! Nein, Auto! Ich seh nichts, Alter. Okay, steigt jetzt. Steigt ein, Alter! Steigt ein, Alter! In ein Auto! Nimm den LKW! Wir sind beide tot! Hä? Er ist einfach explodiert. Oh, noch Cargobob! Socker easy! Lol. Wah, ich kann auch so ein bisschen spaßt. Weil du ihm vorher die ganze Zeit gegen die ganzen Autos und so weiter geschossen hast. Und wollte ich hinten aufkriegen. So geht's normalerweise nicht. Steigt halt ein, Alter! Wah, du bist so scheiße behindert. Achso, ich hab' dacht, du bist doch mal sehr, sorry. Wah, Spaß, Alter! Weißt du, ich bleib halt extra noch stehen, um dich zu trollen und du tötest mich. Was ist das für eine Erziehung? Was wolltest du mich trollen, hä? Das geschieht dir recht, wenn du mich trollen wolltest. Nein, nein, ich wollte nicht, dass du die ganze in dem Auto nachrenzt. Ah, ich krieg's jetzt nicht, ich steig jetzt ein. Nein, du tust du nicht. Das hab ich mal in der Mission gemacht. Also GTA Mission. Wo man mit dem Bobby, also mit dem Sohn von Michael. Heißt der Bobby? Keine Ahnung. Ich nenne den Bobby. Ich hab's gewusst, dass du da bist. Ich hab schon längst geschossen. Mike hält endlich ein. Der Cargobob steht noch. Der ist sogar offen hinten. Wie, der funktioniert nicht so reinsteigen. Aber der ist verkugelt, Alter. Warte, nein. Hauen wir uns hinten rein. Hauen wir uns hinten rein. Chili, Vanilli. Marcel nur für geladene Gäste. Batsch, Alter. War Schluss. Wirklich. Hast du gar nicht schon gesehen, ne? Ich hab's gesehen. Hab ich immer gedacht. Komm, das ist der Knossi. Der wird nicht so ein Asshole sein. Ja, ja. Mach dich hin. Ne, aber jetzt mach uns mal. Ich hol mein Bugatti. Na, also in der nächsten Episode, da infiltrieren wir die Militärbasis. Auf jeden. Okay, passt. Ich sag tschau und bis zum nächsten Mal bei Knossi. Ciao.